Er hat ne Hafti-Hafti-Hafti-Hafti-Komm Pass auf, der pusht dich So, endlich ist mal wieder hier, der Erik dabei Oh, herzlichen Glückwunsch, Freunde Bin ich froh, ich wollte da zu sein Einen schönen Und dann geht's einfach mal risch los Hier, schlag mal die Statue Ne, ich schlag die, ne Ich tu die Seelen ausrauben Damit das Ding nicht hochreht und mich fast töten Da hat's, der hat auch Tiktok gesehen, wirklich Der hat das Tiktok gesehen Ah, natürlich War ein gutes Tiktok, oder? Natürlich, ist ja auch ein Tiktok von uns gewesen Muss man sich halt mal mal angucken Manchmal machen wir da ein paar ganz gute Tipps rein So, 50-50 Chance Gefängnis oder Seven Sisters Ich sag Gefängnis Ich sag Seven Sisters Aber auch nur, wer Remounts erst Gefängnis gesorgt hat Sag mal, wer hat denn seine Hunde hier auf mich abgeschüttelt? Ich weiß nicht Hier oben sind Hunde Die nur gemietet Oh, oh, oh Ja, der ist hier Hey, hier oben, hier oben Da oben ist einer Da oben ist einer War nie Hafti Da oben ist einer Ich, ich, ich hätte einen Splitter Aber ich Aber eben hier hinten auf der anderen Seite Das D.H. Ecke Ja Harry, du bist so smart Der ist rechts an der Tür Hm Ich denke, ich habe hier einen ganz guten Wink Und würde Ab einen? War das der rechts an der Tür? Komm runter Das war ja oben Naja, oben, naja Der war hier oben drin War das einer von euch? Ne, 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 ne Er ist raus Von dem Bei uns Oh Mann Oh Mann wirklich Das Och Mann Och Mann, wirklich Das, den ich weggedrückt habe Ja Erbärmlich Fack Auf morgens gleich ist einer Pass auf Max Da, da waren zwei Da Da hinten Die kommt, hintenrum Da ist einer Der andere ist nach links weggegangen Hier hinten kommt gleich noch lang Hab kein Blick Muss grad erstmal Posi wechsel machen Scheiß Scheiß Gaul Hast keine Munizu mehr? Wo? Geht da Max? Geht da durch seine eigene Falle durch ey Was? Da war noch einer? Ja Der ist ja drinnen Was geht das? Wo tschüss denn du so rum? Ich bin gegenüber, also ich bin links von dir und hab nen Blick genau auf die Scheune Ich bin links von dir oben im Durchscheune Beim Dach Ja Max, du hättest es auch cool, falls du Ja Ja Also es funktioniert Dein Maid wird wieder stehen Also Nekromantmenster Ja mein ich, sorry Also Max hebt grad jemand auf, wer schön mit Max Deckung kriegt Naja ich hab hier Max und Blacks Ja Erinnern, der ist drinnen Kommt hinten raus, Ma-ma-ma-ma-ma, pass auf Haben wir einmal gehittet? Ja, hatten Hit Er explodiert gleich was Scheiße Ja Warte was Ja Warte was Really? Hm Ich, ich hol niemals die Trophäe und Max kann ich so nicht aufheben Ich hab nen Nekromant, ne? Okay Ich hab nen Gegenspritzel, ich kann nicht da aufheben Das ist aber jetzt auch ne neue Springfield, die Krak Ich hab auch einiges verpasst, okay Kommt das andere Team runter? Ja Von Osten oder was? Hier oben ist Mutti Da vorhinten sind die Ich glaub nicht, dass die zu uns wollen Meinst du? Doch, die kommen Er hat nichts Da vorne oder dahinten Nicht Ich hab keine Sekunde mehr, weil ich die vergründet hab Na gut Da oben, da am Fenster bei der Ruine Jaa Kann mich schnell genug weg Na gut, ich kann dich aber aufheben Alter Willst du ein Tapper? Ne, also der hat Freischuss halt auf mich Der war dort hinten in der Ruine, weißt du, so in diesem Fenster stand der mittendrin Bitte dich auf Wasser unten aufpassen Ja Besti kommt gleich Ich konnte halt von oben gar nichts sehen durch die Bäume Oh leih, ich bin ja so runtergerutscht hier Achso, ich dachte, das musst du Die sind unterhalb von dem Fahrstuhl Ja, zwei sind am Fahrstuhl, die sind gleich alle drei beim Fahrstuhl hier Die kommen mit dem Fahrstuhl hoch oder der Fahrstuhl kommt hoch Ich hab ihn einmal getroffen Ich hab ihn einmal getroffen Da, pusht euch rein Da kommt rein, da kommt rein Da ist drinne Einer ist drinne Echt? Hier oben ist einer, hinter uns ist einer Hinter uns ist einer Hinter uns ist einer Ja Hab ihn Schön Ich einladen, direkt auf meiner Leiche Hoppen Echt Guck Geh Echt Echt Bis zum nächsten Mal.